Den Kurzbogen, bitte. Schlösser öffnen, mal ziehen Punkte. So, im Schatten verstecken müssen wir auch ein bisschen pushen. Illusion entdecken, Fallen... Ah. Das tut Illusionszauber, aber sollten wir auch mal machen. So, Fallen finden ist noch wichtig, Illusion entdecken, Taschendiebstahl und Fallen stellen ist jetzt nicht so wichtig. So, sie hat immerhin 21 Lebenspunkte jetzt da durch. Sie hat halt nicht viel Konstitution. So, dann geben wir hier mal alles, was so wichtig ist. Vor allem, das war Kisashi. So, achso, muss ich noch nach oben verschieben, eins. So, ist noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht. So. Gut, dann ist es jetzt so. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir ignorieren, Safanas Sprüche einfach. Ich möchte euch nicht weiter stören und mache mich auf den Weg. Es tut mir leid, dass ich so unhilflich war. Mir scheint, ich war schon ziemlich durcheinander, bevor ihr auch nur in meine Nähe kam. Langsam bin ich die Frage einfach leid, besonders dann, wenn meine Antworten den Leuten so ungenau sind. Die Sterne sind kein Nachschlagewerk, in dem alles genau erklärt wird. Wäre es denn so, dann könnte sich jeder die gewünschte Seite heraussuchen und einer wie ich wäre überflüssig. Zu unserem Problem kann ich sowieso nicht viel sagen. Wir können jetzt nicht speichern, okay? So, jetzt konnte ich speichern. Gut, jetzt haben wir Safana in der Gruppe. Die ist jetzt Stufe... Hier. Und sie kann auch... Das erfahren, das Kuss, das ist spezielles Besonderzeug. Oh, und das ist nicht gut. Ich tue ich alles. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Safana hat einen Bogen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Das heißt, wenn wirklich gleich Dryaden kommen sollten... Äh, Nymphen... Sehen wir keine Nymphen. Das wird kein schneller Tod. Okay. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Dann machen sie sich wieder unsichtbar. Ja, das war im Bogen zu viel. Egal jetzt gerade. Warum denn nicht? Wie ihr wünscht. Ja, wie kann ich helfen? Äh... Oh, Safana hat's ein bisschen erwischt. Es soll noch weitaus benötiger sein. Ja, wie ihr wünscht. Au. Okay. Ich mag diese Stelle nicht. Ihr braucht nur zu fragen. Ich mag diese Stelle absolut nicht. Fressbrennenden... Oder vielleicht frostigen... Tod! Ja, mein Schatz. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Fressbrennenden... Oder vielleicht frostigen... Tod! So. Oh, Personenfesthalten. Gut. Ein Bogen für Safana. Ach nee, das ist Versteinerungsschutz. Und den Gotten würde ich lernen. Worum geht es diesmal? Für euch tue ich alles. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Die kann ich ihr braucht. Nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Na, in Ordnung. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kommt ein bisschen näher. Ja? Fressbrennenden... Oder vielleicht frostigen... Tod! Okay. Wie kann ich helfen? Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Fressbrennenden... Fressbrennenden... Gibt es mal hier ein paar... Zauberfl voila... Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. So. Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Ich brauche nicht mehr. Ich habe keinen... Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, habe ich geläutet? Worum geht es diesmal? Okay. Starres Denken ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn sie kontrolliert werden. Habe ich noch was? Ah, ich habe ja noch auch sogar noch einen Zauber. Okay, wir gehen an den Level ab. Okay, kein Heiligtum mehr für dich. Weg mit dir. So, 2000 Erfahrungspunkte pro Sirene. Das ist schon mal sehr schick. Oh, Pfeile, Kurzbogen und Perlen. Perlen sind immer schön. Also ja, das sind beißende Pfeile. Und ja, den Edelsteinbeutel, den vertraue ich mal einfach so Safana an. So, Stufenerhöhung. 15 Pfeilepunkte. Und die TV-Reduzierung. Das ist immer gut. So, jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass das starre Denken aufhört. Also ja, Schwachsinn. Schwachsinn und sie ist verwirrt. Hey, 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 ich bin wohl. Na, kommt. Ich könnte auch einfach rasten, aber ich glaube, das würde noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Okay, Dawn ist schon mal nicht mehr schwachsinnig. Dadurch, dass Viconia eigentlich Magiewiderstand haben sollte, ist sie ziemlich schwachsinnig. Elektrizitätsschutz, Furchtbahn... Furchtbahn... Ach, Schutz von negativer Energie. Spreicht und verschwindet. Stimmt, Aura, der hat Verzweiflung oder Waffenvergiften, hätte ich auch nutzen können. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Sänger der Nacht, gebt mir Nacht. Die Nacht, Mord und Mario... So, heil die beiden mal. Die sind dann geschlagen. Wobei, Safana könnte auch eine Heide vertragen. Safana hat auch dann weniger Probleme damit, Sachen zu klauen als Imoin, zum Glück. So, jetzt könnte ich auch in Ruhe mal die Jungs hier plündern. So. Okay, sie hat kalte Hand gelernt. Okay. Also, ich sag's so, solange die Sirenen nicht jemanden kontrollieren, ist alles gut. Safanas Schatzsuche. Ja, das haben wir schon gelesen gehabt, das letzte Mal, als wir Safana geholt haben. Und ich glaub, die Höhle, die sie... Ich glaub, die Höhle, die sie... ...m гatelle, die sie... Bis zum nächsten Mal. Tom干steté...